Jo, da sind wir wieder hier bei, äh, fuck, shit, ey, geht ja schon scheiße los hier bei Grumpy Curse in Half-Life. Jo, äh, letzte Folge haben wir uns ja hier elegant hier drunter verpisst, sag ich mal, und müssen jetzt hier eine Etage höher. Ja, upala, komm, da pisse ich, lass mich hier durch, Affe, der kleine Fickshalm hier, ey. Spastfiesche, ey, gar nicht. Nee, komm jetzt hier, hopp. Zack, zack. Komm, 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 komm. Okay. Yo. Oh. Die machen wir hier ganz dezent. Wo ist er? Oh, jetzt hat er uns gesetzt. Oh, da ist ja noch einer. Komm, sch- 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 schwein, stirb. Freudiger Hund. Hier. Hier. Ja, unsere Packung. Dieser Wichser. Hier. Hier. Und nochmal. Hier. Dieser Wichser. Wichser. Deine Mutter, du Hurensohn. Wichser. Spast. Spast. Okay. Speichern hier. F6. Jawohl. Ja, hier. Zack, wie das läuft. Huh. Ja, hey. Tipptopp. Allein. Wir nicht allein. Wir nicht allein. Wir nicht allein. Zick. Gibt's nichts. Es geht hier ab. Es ist so ein Heil-Ding. Von oben. Geht sie genau. Wichser. Krieg ich ihn. Hier. Dann prüge ich ihn. Zick. Da ... Geste MAC, die sch- 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 sch. Die sch- sch- sch. Mw ... Wir nicht allein. Dдж. Dann auch ein Objekt. Sondern es kann uns ja nur recht sein, sag ich mal. Munitionssparend, werbensparend. Einfach alles. Hallo, Gude. Und, äh, ja. Hier ist nichts, okay. Hier unten war er mal grad. Und dann, ähm... Ja. Hier geht eine... Plattform irgendwo, wo war die? Hier. Geht nach oben. Hup. Okay. Abchecken, was hier so geht. Mit dem Bitch Tower hier. Was geht ab? Dude, hey, Dude. Was geht? Du, 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 du. Hier geht die nächste Pufflade nach oben. Okay. Oh, 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 oh. Oh, shit. Ja. Ja, 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 na, 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 na. Ah, guck. Äh. Okay. Führen wir gleich einfach mal auf diese... ...diese Dinger da. Wo geht's denn lang? Da müssen wir rüber. Okay. Okay. Easy. Zack. Blalalala. What? What, what, what? Da sind wir richtig hier, yo. Ja, das ist was denn der wartet uns hier. Der Ruder. Flacken. Okay, okay. Oh, shit. Ja, super. Die wollen uns hier wieder in den Arsch. Das ist ja nicht, das ist nicht so cool, ey. Das ist echt, das ist echt nicht cool. Das geht ab. Wichser. Acht Energie noch, man. Das geht ab. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Geil, geil, geil. Hallo? Kannst du hinziehen, irgendwie? Okay, macht er nicht. Ist natürlich nicht so sexy. Okay, 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 okay. Aber hier ist doch so ein Healing-Po-Po-Po. Okay, wo, wo ist dieser, 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 dieser... Ballonspacko? Auf jeden Fall hier die, diese Heildinger hier. Nee, die sind echt top, da kannst du nichts sagen. Könnte ein bisschen schneller gehen, aber so viel Zeit muss sein. Vor mir hier wieder Ballonspack kriegen. Zeit, was sagt denn hier? Ja, okay. Jetzt weiß man nicht, war das jetzt hier irgendwie so ein... Oh, 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 oh. Puh. Äh, so ein, so ein... Da ist er, da ist er. Bäm. Dieser Wichser. Äh, ja. Ist das hier so eine Fabrik, oder ist das hier so ein Alien-Schlacht-Raum-Schiff-Dingsbums oder was? Was geht denn hier ab? Auf jeden Fall hier unten geht es zu tief runter für unseren Arsch. Das ist nicht gut. Okay, hier hinten ist es nicht mehr weiter. Okay, aber das sieht so aus, als würde man hier irgendwie... Mal hier irgendwie... Hüpf, hüpf. Okay, nee, das ist nix hier. Das ist nix. Na, oh, oh. Ja, aber irgendwie muss man jetzt hier wieder... Können wir die Scheiße hier verschieben, oder so? Geht nicht. Geht nicht, okay, geht nicht. Das geht hier nicht. Kannst du dich hier irgendwie dranhängen, oder so? Okay, nee, da auch nicht. Boah, bei diesem Fall, ey, da gab ich gerade hier total... ...unwohles Gefühl im Magen gekriegt, ey. Ich hab Höhenangst. Und das ist echt nicht cool, irgendwie. Dieses Gefühl beim Fallen. Jetzt wird es überhaupt nicht mehr aufhören. Hopp, hüpf, hoch. Der Pixel. Der kommt hier hinten wieder raus. Was ist das für ein Scheißladen? Sollen wir hier irgendwie hoch? Komm mal hier. Das ist ein super Jump-Scheißer. Der springt einfach nur weit. Ich bin fucking hoch. Wir müssen hoch, Mann. Hoch. Das Ding können wir nicht hier irgendwie verschieben. Geht hier irgendwie was? Oh, hier geht gar nichts, Mann. Was ist denn das hier für ein Scheiße, ey? Hier hinten war man schon. Da ging auch nichts. Drecksscheiße hier. Das muss ja schon irgendwie funktionieren. Ich will ja... Ich höre es jetzt auch hier. Ich höre es doch hier. Der... Huuuuii. Huuuui. Huuuui. Fuck you, ey. Jetzt laufen wir hier eine Scheiß-Folge eigentlich nur in diesem... ...diesem... ...puffraum rum. Das kann doch nicht... Das kann doch nicht... ...äh... ...so die Action sein. Stimmt, ist hier diese Lücke da irgendwie. Ne. Ja. Wenn wir da drunter stehen, dann gehen wir... ...gehen wir kaputt. Ist irgendwie da hoch wieder. Von da aus hier auf diese Dinger da bestimmt, um da dann da hoch zu kommen. Aber wie? 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 Verdammte Scheiße. Hüpf, hüpf. Hüpf, kleiner Gorn. Hüpf. Dieser Scheiß hier. Was ist denn hier? What the fuck? Alter, was war das denn? Ja. Der auch, oder was? Ja, super. Und den können wir auch noch mitkommen. Keine, zwei Schüsse oder drei. Oh shit. Waren drei. Jetzt stehen wir... ...haben diesen Griff ab hier. Läuft. Hier, nochmal zweimal hier. Zack. Eins, zwei. Einwandfrei. Waren Reim. Ich sollte Rapper werden. Rapper. Wie ist der? Kann man hier das Ding auch irgendwie Fleisch bearbeiten, oder was? Ne. Mal mit der Puss hier drauf gehen. Geht er auch mit. Scheißdreck hier. Äh, labber Mann, ey. Scheiß. Fuck, Spiel. Geh mir auf den Sack. Dreck. Dreck. Einfach nur Dreck. Alter, Schrott ist das. Alter, scheiß. Bestimmt irgendwie so ein... ...so ein Todes-Buck, dass man hier aus dem Puff nicht mehr rauskommt. Ist das hier irgendwie eine Leiter? Geht auch nicht. Ui. Gibt's auch gar nicht. Hier, den... ...zwei. Ernsthaft, hat er mich neulich? Gut, jetzt können wir die Munition mit den Viechern hier sparen. Hier den Shit haben wir eingesammelt, okay. Jetzt sind wir aber immer noch nicht schlau, was das hier angeht. Hier, aus den Konkors schriften diese Knuffel-Fiecher da. Die Dicken. Der Ope sagt, der Hui-Dat. Jetzt mal hier hing. Zack, 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 zack. Hop, 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 hop. Nice. Läuft doch, läuft, läuft. Hop. Oh. Hulululul. Wow, wow, wow. Damit haben die nicht gerechnet, die Lutscher da. Yeah. Okay. Es lief, es lief. Wo, wo? Bäh, bäh. Yeah, that's. Puh. Mal grad speichern hier, bevor wir hier noch irgendwie abschmieren oder so. Ist ja nicht so sexy. Ich höre sie überall. Überall. Da auch bitte. Ne, das hat nicht geschmeckt hier. Schmeckle, das war nicht gut für den. Ja, weiter geht's. Immer in der nächsten Folge. Bis dann. Tschöööö.